Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fenshin Impact, ich wollte mal ganz kurz, bevor wir mit der Hauptstory weitermachen, den Teleportationspunkt, oh lol, es gibt einen Rutschen-Effekt, uh, das ist ja nice, obwohl ich weiß nicht, ob ich das so nice finde, aber egal, ich wollte nach hier, da ist ein Teleportationspunkt, den ich irgendwie übersehen habe, oder noch nie da war. Wir hatten doch nie Regen, oder? Hier unten ist auf jeden Fall nichts mehr, also die Kiste hatten wir schon. Ähm, und ich will unbedingt auch, äh, wieder Venti im Team haben. Falschteste. Ähm, er kann raus, weil ich will Venti wieder haben, also der ist halt nice. So, weil ich ihn jetzt auch direkt schon brauche. Ähm, irgendwo, da hinten ist noch so ein, äh, ach Gott, wie heißen die Dinger nochmal? Ah, nee, Dingsbums, Viech. Ehrlicht, unsere Ehrlichter, so. So, Ehrlichtchen, wo bist du? Äh, was bist du? Ist das ein Gegner, oder? Ähm, hallo, kannst du bitte absteigen? Was? Ich will nicht da rein. Das sieht komisch aus. Ah, hier musst du hin, okay. Erscheine. Kiste. Noch nein. Ähm, hä? Was war das denn? Voll der Fail? Okay, das war ein bisschen Fail. Ein bisschen viel Fail. Ähm. Hallo. Irgendwie akzeptiert er das nicht. Hä? Jetzt hat er es akzeptiert. Ich muss da oben drauf landen. Höh. Hab ich doch. Easy gemacht. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch... Ach, da oben ist dieses komische... Gedingse da. Das brachte ja nichts. Tschüss. Ich muss irgendwie in die Richtung da. Das da können wir irgendwann mal machen. Aber eigentlich will ich nur den Teleportationspunkt haben, mehr nicht. So. Äh, nun wo ist der nochmal? Mal gucken nochmal auf die Karte. Hä? Ich gehe komplett falsch. Och, weißt du was? Dann... Mache ich das halt später. Dauert mir jetzt zu lange, bis dahin zu latschen. So. Wir könnten auch noch zur Abenteurer-Gilde gehen und unseren Belohnung snacken. So. Let's go. Ich trinke mal kurz was. Okay. Das ist ein Kristall, die mit irgendwelchen Kraft verbunden hat. Lisa, kannst du ihn analysieren? Ach, den Kristall, den wir damals gefunden haben. Lass mich mal schauen. Ich kann sehen impurities in der Kristall, aber auf weiterer Inspektion... Nein, ich bin sorry. Ich kann nicht eine propere Analyse an dem Moment. Gib mir ein bisschen Zeit. Ich werde mal schauen, durch die Library's Restricted Section. Oh. Right. Ich werde die Forschung dann bei dir, Lisa. Restricted Area? Entstanden. Ich werde euch alle informieren, wenn ich ein paar Progresse mache. So, ich würde nicht gehen, um deine Analyse anzieren. Es waren unglaublich ähnliche Texte, nicht zu erwähnen. Ouch! Oh. Gosh, das tut. Die impurities in der Kristall, es tut, wenn ich mich nahe. Okay. I see. It appears to react to visions. The impurities in the elemental energy we embody repel each other. It's strange, though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. Anyway, the Crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. Cutie? Fascinating. Do you know anything about what makes you special? I do not know what to make of it either. Well then, the Knights of Favonius have another favor to ask of you. Oh, gotcha. Please accept the title of Honorary Knight and the gratitude of the Acting Grand Master. What? Uh... Honorary Knight of Favonius? Oh, it's an E. We ask for your continued assistance in finding some answers. Okay. Storm Terror's rage and strange crystals. I know Mondstadt's peace hangs in the balance. May the wind open your eyes to the truth. Oh, don't go shit. We'll meet back here if you find anything. Okay. Don't go. Verbotene Abteilung. Ich bin die verbotene Abteilung. Warum? Keine Ahnung. Ich weiße das nicht. Komischer Kristall. Und ich glaube, dass er hier auch der Char ist, den wir bei Sturmschrecken gesehen haben. Ich erinnere mich an diese blauen Zöpfe nämlich. Aber wie das zusammenhängt, keine Ahnung. Hey, Paimon. Hi. Na ja, du sagst schon Böserz. Ja, ich glaube, das war Venti. Was? Hey, Venti. Hi. Äh. Ähm. Ähm. Ja. Ich, ich, ja. Ich bin Venti. Okay, der ist irgendwo hier runter gelaufen. Hier, Venti, kann ich mich mit Venti treffen? Der grüne Mann ist weggekehrt. Use Elemental-Sight, um ihn runterzuhalten. Ah, ja, stimmt. Elemental-Blick war mit Maustaste, äh. Aha, okay. Hihi. Ja, okay, das ist auf jeden Fall Venti. Hä? Ich bin einfach hier auch. Ähm... Okay. Dahinten. Ich dachte, hier steht irgendwas, aber das ist nur eine Lampe. Jupp. Oh Gott. Ja, wir können eigentlich hier hochgehen, ne? Wir brauchen gar nicht da... ...es Klettern. Der hier hochgelötet hat, aber... ...da sind's Spuren. Unerwartet ist. Hier, einfach die Treppe hoch, denke ich mal. Lol, wird der auf der Statue da oben sein? Irgendwie glaube ich das. Hä? Äh. Höröll? Äh, ich lili ja? Äh. Das ist ein Lieblingsbuss. But mortal trifles only fogged his mind. The Windborn Bard strummed his strings Dolce, and the Holy Liar answered his question's kind. The dragon was but a child full of wonder, and soared the heavens free from care. The Bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the Bard and Dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The Lionfang perished, and the Falcon flag slept. As a vile dragon approached Mondstadt, he lost him. Over the cathedral loomed Death and his friends. Of the people's agony, the Bard soon sang. The soaring dragon heeded his grave cause, and amidst the windstorms of brutal war sprang. Blood of venom sent the sky dragon into slumber. Only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the Holy Liar replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence. But the Liar could no longer sue his cries. Wait, you guys are... LOL! Das, das der rote Stein ist eine Träne vom Drachen. Und er ist der Bade von damals. Oh, das ist richtig. Du bist derjenige, die D'Avalin ausfahreten. D'Avalin? Wer ist das? Das ist der Drache. Huh? Oh, richtig! Die meisten Leute nennen ihn Storm Terror. Ja. Das stimmt. Warum nimmst du ihn das? Wunderschönen? Du bist zwei kurz oder so? Oh, so kurz. Hey, so... Paimon denkt, dass dieser Mann eine Schreie lösen. Ich bin Venti, die Bard. Venti. Hmm, komisch. Oh, wow. So, what do you need from me? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Huh, stimmt. Of course it's about Storm Terror. Storm? Hey, cut it with the Amnesia Act. Alright, show it to him. Oh, isn't this... Ähm. What? The crystal has been purified? When? D'Avalin, he... The anguish he feels, has brought him to tears. Träne des Schmerzes. Träne? Vielleicht ist die Träne gereinigt worden, weil er das Lied gespielt hat. He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? Oh, lol. Oh, lol. Lol, okay, wir können das irgendwie selber machen. You really do have some wonderful abilities. Yeah? Yeah? Someone like you is going to end up getting written into a bard's poem. Oh, a hero so bright, should she stand in the light. Though stand in the shade, and you'll be met by a blade. Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if D'Avalin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. He'll burn himself out in the flames of anger. I really must thank you for purifying the teardrop crystal. It has helped me greatly. Okay. But I've already come to devise my own plan. Oh, and what plan would that be? Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must be going. Nein. Hey, where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye. War so schnell, war so schnell. Huh, what do you make of that? As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know. Know what? Deine Stimme kommt mir bekannt vor. Was ist denn das so ein Haarzeichen, der? I don't know. You're alone on that one. But did he just say symbol of Mondstadt's hero? Oh, Taiman knows, it's that huge tree. Huge tree? You know, the gigantic one. You can't miss it. Surely you still remember. Ach, da hinten. Jo, 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 jo. Ich weiß, wo du meinst, Paiman. Nee, ich weiß, wo du meinst. Da. Können wir auch. Können wir da hinten reisen? Yes. Da können wir hinten reisen. Perfekt. Oh. Ja, top. Erstmal schlagen. Kann ich dir noch irgendwas machen? Moin. Äh, kann ich dir noch irgendwas geben hier? Ich hab nur einen. Hm. Ja. Kann ich dir irgendwie so ein Buff, ein Buff, ein Buff bekommen? Ach so, ich kann nur Leben wiederherstellen, ja. Hey, du da. Hey, guck mal, Venti. Bin auch Venti. Doppel-Venti-Action. Oh? What are you doing here? Though I was just wondering if you would happen to follow me. You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Mm-hmm. Why do you wish to know about the god of Animo? Does it have something to do with Dvalin? Oh, uh, it's because gods, um... Just how is it that everyone sees Storm Terror? I'm quite curious. That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. The wind! I can't open my eyes! What is a creature like that doing out here in such a calm place? You think it was going after that green light? His relationship with the wind seems even deeper than yours. Can I teleport you in the air? Can I teleport you in the air? Don't blink! Hey! Lol, I can teleport you in the air, I can teleport you in the air, I can teleport you in the air, I can teleport you in the air. Oh, Wimbling? Where comes my air? Wimbling? Wimbling? hey kicking hey komm mach mal hallo nice seems the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind now then you were saying someone had told you about the dragon is that so quite the scholar I must say that Lisa she's not wrong the conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force his hate however did not arise from the people not making tribute to the four winds nor was it born from his own nature but instead came about as a product of his degradation degradation the black blood flowing through his heart has been torturing him for years that's what has allowed him to be led astray by the lies of the abyss mage they are from the abyss order an organization comprised of non-human beings they despise mankind I don't know where they come from all I know is that they hold deep hatred toward the human world many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their weapons before arriving here I too was like davalin cursed and left to waste what but now before us stands the symbol of mon stats hero the place from which mon stat rose the wind amongst the branches is good I love the way it smells being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier like the poison is leaving my body there is no there is no so 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 feels much better so how exactly did you get poisoned that would be because I tried to communicate with davalin earlier but was interrupted as a result not only did I not manage to help davalin break his curse but instead was also infected myself yes it was you so to make up for it you're coming with me to the cathedral uh okay the monstack cathedral to do what exactly to claim a certain holy liar dehamel okay 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 bentis plant gehen wir auf jeden fall sofort nach vielleicht kommen wir dann endlich in diese geheimkammer wir hatten ja so eine geheime treppe da kamen wir aber nicht rein so so this holy liar dehamel and Dehamel one of the most treasured items Das wäre gut. Glaube ich dir sogar. Okay. Verdächtig. Äh, okay, das wäre eine seltsame Antwort. Ach, ja, aber ich glaube, wir kommen doch in diesen geheimen Abschnitt, den wir ja schon mal gesehen haben. Aber nicht reinkamen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So. Hallöchen, moin. Und die glaubt ihm sofort, alles klar. Aber du solltest das zu den Knights von Favonius. Warum hast du mir gekommen? Weil du, liebe Frau, kannst du helfen. Oh Gott. Ähm. Ähm. Buh, bitte, ich bin... Ich bin Angst, nicht, little Bard. Wunderschön. Ich fühle mich so schlecht, zu retten zu diesem süß Kind. Dann... Ich glaube, ich bin mit keinem anderen Wahl. Ich kann nicht mehr schütteln. Meine Diszipläte, rejälten! Was? Könnte es wirklich sein? Hör mal diesen, man hört auch diesen Schall von der Stimme in der Halle, das finde ich echt nice. Achso, ich muss jetzt mit ihr reden. Mhm. Es ist aktuell nur in Ludi Harpastum. Die Dokumente von der Grandmaster, Seneschal und der Gemeinschaft sind alle notwendig. Also, kann ich sehen die Dokumente von den Knights von Favonius? Oh. Oh. Nice. Ähm. Oh, das funktioniert nicht. Ich wusste es. Du wusste es? Was? Ich wollte nur wissen, wie influential der Hotshot von den Knights von Favonius ist. Du wißt du? Der beste Warrior sollte immer mit der beste Räume sein. Und das ist die Geschichte nicht für eine gewisse Ballade? Ja. Oh. 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 anscheinend kennt man die funktion klopfen in diesem haus nicht ich claim mal hier was machte das können wir noch machen bevor wir da runtergehen das wird aber erst in der nächsten folge sein wir können noch eine orange schaft leben das mache ich auch noch schnell herausforderung perfekt gut hält das noch nicht geschafft hier perfekt weil es so lustig ist so lustig ist hätte man ja schaffen können vielleicht aber egal ich bedanke mich fürs zusehen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin haut rein und tschüss